Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir feiern heute den sechsten Sonntag nach Pfingsten. Und die heilige Praxedes vom 21. Juli. Feste heiligen Praxedes. Sechster Sonntag nach Pfingsten. Selige Osterstimmung beherrscht uns heute. Durch die heilige Taufe, die wir an Ostern neu aufleben ließen, sind wir Gottes Volk. Sein Gesalbter, sein Erbteil. Durch die Taufe und Eucharistie werden uns die Ostergüter zuteil. In der Feier der Heiligen Messe spendet Christus seinen Erlösungstod am Kreuze, geheimnisvoll erneuernd dem hungernden Volke in der Wüste dieser Welt, das Brot des Lebens. In der Mitfeier der Heiligen Messe sterben wir mit Christus der Sünde, der Welt und ihren Eitelkeiten und erstehen mit ihm zu neuem, gottgeweihten Leben. Epistola, in der Kraft der Heiligen Kommunion treten wir mit in sein Zelt, als vollberechtigte Bürger der himmlischen Heimat Kommunion. Die heilige Praxitis ist gestorben zu Rom im 2. Jahrhundert. Sie soll die Tochter des heiligen Senators Putins 1. Jahrhundert und die Schwester der heiligen Potenziana gewesen sein. Mit rührender Sorgfalt nahm sie sich ihre Mitchristen und der Blutzeugen an. Eine alte Kirche in Rom trägt ihren Namen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum Altare Gottes will ich treten. Zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Schaff recht mir Gott und führe meine Sache gegen ein unheiliges Volk. Von friefehaften, falschen Menschen rette mich. Gott, du bist meine Stärke. Warum denn willst du mich verstoßen? Was muss ich traurig gehen, weil mich der Feind bedrängt? Send mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie zu deinem heiligen Berg mich leiten und mich führen in dein Zelt. Dort darf ich zum Altare Gottes treten. Zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Dann will ich dich mit Hafenspiellob preisen. Gott, mein Gott, wie kannst du da noch trauern, meine Seele? Wie mich mit Kummer quälen? Vertrau auf Gott, ich darf ihn wieder preisen. Er bleibt mein Heiland und mein Gott. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Zum Altare Gottes will ich treten. Zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Konfitio, Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Mischaeli Adjangelo, Beato Johanni Baptista, Sanctis Apostoles Petro et Paolo, Omnibus Sanctis, Etipi Pater, Quia pecavi nimis cogitationa, Verbo et opera, Mea culpa, Mea culpa, Mea maxima culpa, Etiubrico Beata Mariam Semper Virginim, Beato Mischaelem Adjangelum, Beato Johannem Baptista, Sanctis Apostolos Petro et Paulum, Omnes Sanctis et Epata, Orare prome ad Dominum Deum Nostrum. Miseriatur vestri omnipotens Deus, Et dimesis pecatis vestris, Perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indugentiam absolutionem et remissionem pecatrochum, Nostrochum, Tribu ad nobis omnipotens, Et misericos dominus. Amen. Deus tu conversus vivificapis nos, Et blebs tua letabitur ente, Ost ente nobis domine misericordiam tuam, Et salutare tuam da nobis. Domine exauti orationem mea, Et clamor meos at te veniat. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tumo. Oremus, Lasset uns beten. Herr, wir bitten dich, Nimm unsere Sünden von uns weg, Und lass uns mit reiner Seele Ins Allerheiligste eingehen. Wenn der Priester aus Ehrfurcht Für die im Altar eingeschlossenen Reliquien küsst, So spricht man mit ihm, Herr, wir bitten dich, Durch die Verdienste deiner Heiligen, Deren Reliquien hier ruhen, Verzeih mir alle Sünden, Verzeih mir gnädig alle Sünden. So wie alle Heiligen, Verzeih mir gnädig alle Sünden. Amen. In Treutus Der Herr ist seines Volkes Stärke Und seines gesalbten rettender Beschützer. Errette, Herr, Dein Volk segnet Dein Eigentum, Sei Du in Ewigkeit im Lenker. O Herr, ich ruf zu Dir, mein Gott, O wende Dich nicht stumm von mir hinweg, Denn bleibst Du stumm für mich, Sogleich ich jenen, Die ins Grab hinuntersteigen. Der Herr ist seines Volkes Stärke Und seines gesalbten rettender Beschützer. Errette, Herr, Dein Volk, Segnet Dein Eigentum, Sei Du in Ewigkeit im Lenker. Ehre sei dem Vater und dem Sohne Und dem Heiligen Geiste, Wie es war am Anfang, So auch jetzt und alle Zeit Und in Ewigkeit. Amen. Kyriya Leysan Kyriya Kyriya Leysan Kyriya Leysan Christe Leysan Kyriya 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 Leysan Das agimos tebi, procta magnam gloriam tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine Fili Unigenita, Jesu Christa. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Quitolis peccata mundi, miserere nobis. Quitolis peccata mundi, sus sibe deprecationem nostrum. Quisedes ad exteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solos Sanctos, tu solos Dominos, tu solos Altissimus. Jesus, Jesu Christa. Cum Sancto Spiritu, in Gloria Dei Patris. Amen. Dominus Vobiscum, et cum Spiritutum, Oratio. Gott, der Herrscherin, in dir ist ganz und gar die Fülle des Guten. So pflanze unseren Herzen die Liebe zu deinem Namen ein und gib uns Wachstum im religiösen Leben. Lass das Gute erstarken und bewahre mit eifriger Vatergüte das Erstarkte durch uns. 2. und 3. Seite 612 Wir bitten dich, o Herr, schütze uns vor allen Gefahren des Leibes und der Seele, auf die Fürbitte der seligen und glorreichen Allzeit jungfräulichen Gottes Mutter Maria, sowie des heiligen Josef, deiner heiligen Apostel Petrus und Paulus, des Teil der heiligen Praxetes und aller Heiligen, verleihe uns gnädig Heil und Frieden, auf das deine Kirche nach Überwindung aller Hindernisse und Irrtümer in ungestörter Freiheit dir diene. Erhöre uns, o Gott, unser Heil, und wie wir uns des Festes deiner heiligen Jungfrau Praxetes freuen, so lass uns auch in der Gesinnung kindlicher Hingabe geschult werden. Durch unseren Herrn, der lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lektio Lektio Epistole Beate Pauli Brüder Lektio Epistole Beate Pauli Apostoli Ad Romanos Brüder, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, sind auf seinen Tod getauft. Denn durch die Taufe sind wir mit ihm im Tode begraben. Wie aber Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferstanden ist, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln, wenn wir nämlich eingepflanzt worden sind in die Ähnlichkeit mit seinem Tode, wird es auch mit der Auferstehung so sein. Wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde, der alte sündhafte Adam, zerstört werde und wir nicht mehr der Sünde dienen. Denn wer durch die Taufe mit Christus gestorben ist, ist gerechtfertigt und getrennt von der Sünde. Wir glauben aber, wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit Christus leben. Wir wissen ja, Christus von den Toten auferstanden stirbt nicht mehr. Der Tod hat für der keine Macht über ihn. Sein Sterben war nämlich ein einmaliges Sterben für die Sünde. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. So müsst auch ihr festhalten, ihr seid Tote gegenüber der Sünde, aber lebende für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Deo gratias. Reinige mein Herz, allmächtiger Vater, wie du einst die Lippen des Propheten Isaias mit glühendem Stein gereinigt hast. Reinige auch mich in deinem gnädigen Erbarmen und lass mich so dein heiliges Evangelium würdig verkünden. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Dominus Vobiscom, et cum spiritur tua. Sequencia Sancti Evangelii Secundum Gratuala Ein wenig nur, Herr, wende dich uns zu. Lass dich erbitten über deine Knechte. O Herr, zur Zuflucht bist du uns geworden, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja, Halleluja. Auf dich, o Herr, vertraue ich. Ich werde nicht enttäuscht in alle Ewigkeit. Du bist gerecht, darum befreie und errette mich. Neige zu mir dein Ohr und eile, mich zu retten. Halleluja. Sequencia Sancti Evangelii Secundum Markum Gloria Tebi Domina In jenen Tagen war eine große Volksmanne bei Jesus und sie hatten nichts zu essen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, mich erbarmt des Volkes. Schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, so werden sie auf dem Wege erliegen. Denn manche von ihnen sind weit hergekommen. Da antworteten ihm seine Jünger, Woher soll man hier in der Wüste Brot bekommen, sie zu sättigen? Er fragte sie, Wie viel Brot habt ihr? Sie sagten sieben. Da befahl er dem Volk, es solle sich auf die Erde lagern. Dann nahm er die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern zum Austeilen. Und sie verteilten sie an das Volk. Auch hatte man einige Fischlein. Er segnete sie gleichfalls und ließ sie austeilen. Die Leute aßen und wurden satt. Und von den übrig gebliebenen Stücklein sammelte man noch sieben Körbe voll. Es waren aber dere, die gegessen hatten, bei 4000. Darauf entließ er sie. Laustibi Christe Durch die Worte des Evangeliums mögen getilgt werden unsere Sünden. Amen. 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 Vielen Dank.